Modulare Planetwalzen-Extruder von Entex, die Aufbereitungsmaschine von morgen. Beim Planetwalzen-Extruder wird eine temperierbare Zentralspindel angetrieben, auf welcher sich die einzelnen, in ihrer Anzahl variierbaren Planetspindeln abwälzen. Die umlaufenden Planetspindeln werden zusätzlich über eine innenverzahnte Buchse geführt, die von einem Walzenmantel umschlossen ist. Zwischen der Buchse und dem Mantel, auch Walzenzylinder genannt, befindet sich die Flüssigtemperierung. Die Walzenzylinder können ebenfalls je nach Verfahrensanforderung in der Dimensionierung variiert werden. Zwischen jedem Walzenzylinder befindet sich ein Zwischenring, Anlaufring, Dispergiering oder auch verzahnter Zwischenring genannt. Diese Ringe halten die Planetspindeln in ihrer Position in der Buchse und ermöglichen gleichzeitig den Druckaufbau in einem Modul. Ebenso variabel einsetzbar sind unsere verschiedenen Planetspindeltypen bzw. Planetspindelvariationen, wie die TT-Spindeln für Transport und Trocknung, die Igelspindeln für Querdurchmischungen und die Noppenspindeln, z.B. für den Einzug von Granulaten und Fasern, die je nach Prozess und Rezeptur eingesetzt werden können. Sehen wir uns nun den Verfahrensprozess des Planet Walzenextruders genauer an. Durch den direkten Materialeinzug im Planeteneinzugzylinder, kurz PEZ genannt, werden Förderschwankungen ausgeglichen. Das bedeutet, dass das zugeführte Material gleichmäßig aufgenommen und plastifiziert werden kann. Auch bei Teilmengen wird das Material gleichmäßig und nicht intermittierend aufbereitet. Diese Förderkonstanz ist auch für den nachfolgenden Prozess wichtig. Das Material wird durch die 45 Grad Schrägverzahnung der Planetspindel nach vorne transportiert und ausgewalzt. Anders als bei anderen Extrusionsmaschinen entsteht hier nicht nur ein wirkender Walzenspalt, sondern je nach Maschinengröße und Bestückung bis zu 48 Spalte. Dadurch generiert der Planet Walzenextruder ganz andere Oberflächendimensionen als andere Extruderbauarten. Zwischen den Walzenzylindern, übrigens auch Module genannt, können Zwischenringe sowohl als Stauring als auch als verzahnter Zwischenring gesetzt werden. Gleichzeitig sind diese Ringe mit Druck- und Temperaturmessung sowie Einspritzmöglichkeiten versehen. Die Temperierung wird sowohl durch die Zentralspindel als auch durch die Walzenzylinder ermöglicht und ist einzigartig in der Aufbereitungstechnologie. Durch die Verzahnung in der Buchse entsteht eine Verrippung, die geringste Wandstärken ermöglicht. Das flüssige Temperiermedium, Öl oder Wasser, wird somit hautnah am Produkt vorbeigeleitet. Das ermöglicht eine einzigartig präzise Temperaturführung und größtmögliche Wärmeübertragung. Über eine Seiteneinspeisung, auch Sidefeeder genannt, kann sowohl evakuiert oder Material zugeführt werden. Dabei kann über die Spindelbestückung durch die Anzahl und Form der Spindeln das Volumen im Planetwalzen-Extruder exakt eingestellt werden. So entsteht Raum zum Beispiel beim Entgasen, in dem die Spindelbestückung auf ein Minimum reduziert wird. Kurzum, mit unserem Universalgenie beginnt für Sie die Verfahrenstechnik von morgen. Und das Ganze kontinuierlich, direkt und in einer Wärme. Ökonomischer und ökologischer geht es nicht. Probieren Sie es aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017